Redebedarf also in der Ampelkoalition und die Opposition setzt jetzt hier bei mir am Tisch. Co-Fraktionschef der Linkspartei im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch. Schön, dass Sie da sind. Grüße Sie, hallo. Herr Bartsch, Sie sprechen ja bei der Gasumlage von Gasumlagen-Mucks. Aber was ist denn Ihre Idee? Der Staat kann doch nicht alles finanzieren. Und wir wissen doch, was Herbst und Winter kommen wird. Ja, alles finanzieren, darum geht es ja gar nicht. Und die Gasumlage ist ja wirklich nur ein kleines Element. Die Gaspreise sind das eigentliche Problem. Aber man hätte hier andere Varianten finden können. Es wurde ja auch Uniper gerettet. Es wurde auch eine andere Firma gerettet. Da hätte man wirklich vorher handwerklich schauen müssen und nicht erst mal die Gasumlage auf den Weg bringen und dann feststellen, dass es wirklich Profiteure gibt, die es nicht geben sollte. Und dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger das alles bezahlen. Ich finde, das ist handwerklich schlecht gemacht. Es ist politisch schlecht gemacht. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass diese Gasumlage so nicht kommen sollte. Die Gasumlage soll so nicht kommen. Aber was muss denn dann kommen? Eine Übergewinnsteuer? Das ist ein Element. Natürlich, wir haben eine Situation, dass nicht nur in dem Energiebereich Unternehmen extra Profite gemacht haben. Und so wie in anderen Ländern Europas sollte auch in Deutschland dieses Element genutzt werden. Wenn wir denn in dieser schwierigen Situation sind, finanzpolitisch, dann finde ich, dass diejenigen, die profitiert haben von der Krise, auch ihren Beitrag leisten sollten. Wenn das Italien, Griechenland, Großbritannien können, dann kann das auch Deutschland. Ja, die SPD hat nun ein Entlastungspaket vorgelegt, vor allen Dingen für die kleinen und die mittleren Einkommen. Das ist doch eigentlich die Rolle der Linkspartei. Warum kommt da so wenig? Naja, wir haben da umfangreiche Vorschläge gemacht und haben viele Einzeldinge, zum Beispiel das Verbot auch von Stromsperren und Gassperren, auch andere Dinge, direkte Leistungen an die Bürgerinnen und Bürger. Da hat die Linke schon eine ganze Menge vorgelegt, aber wir sind halt keine Regierungspartei. Ich finde diesen Grundansatz, dass man sagt, ja, wir wollen kleine mittlere Einkommen nicht entlasten. Also wer entlasten will, muss erst mal belastet haben und das hat man auch. Wir wollen zumindest dafür sorgen, dass auch diejenigen mit geringen Einkommen über diesen Winter kommen. Das finde ich richtig und da muss man sich die konkreten Dinge anschauen. Da allerdings bin ich dann von dem Papier, was ja ein Entwurf ist und was dankenswerterweise an alle Bundestagsabgeordneten gegangen ist, bin ich doch etwas enttäuscht. Es wird auch sehr einseitig dort behandelt. Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung auf ihrer Klausur in Meseberg ein umfangreiches, wirkungsvolles Entlastungspaket schnürt, was wirklich diesen Ansatz, dass kleine und mittlere entlastet werden und dass die Superreichen belastet werden, auch wirklich umsetzt. Aber wenn wir uns den Zustand dieser Ampelkoalition angucken, die Bundesregierung, also wie gesagt, man kann teilweise nur den Kopf schütteln. SPD, Grüne und FDP behaken sich. Also selbst das müsste doch Ihre große Chance als Linkspartei sein. Die aktuellen Umfragen sehen Sie weiterhin nur bei 5 Prozent. Naja gut, es geht erst mal nicht um die Linkspartei. Natürlich haben wir hier eine Aufgabe, wir sind im Deutschen Bundestag die linke Opposition und ja, wir müssen das thematisieren. Da muss man nicht zuallererst auf Umfragen schauen, aber dieses Chaos, was die Ampel derzeit bietet, wenn man sich nur die Twitterei anschaut, das ist wirklich unverantwortlich. Da sieht man, dass es vielen offensichtlich um die eigene Partei geht, um die nächste Bundestagswahl. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Wir kommen in ganz, ganz schwierige Gewässer im Herbst. Wir haben riesige Herausforderungen und es ist sehr wohl dieser furchtbare Krieg Putins in der Ukraine, aber es sind auch die Herausforderungen des Klimawandels, die wir haben. Es wird Corona eine größere Rolle spielen. Das alles muss die Bundesregierung, da hat sie eine Verantwortung und ich kann Olaf Scholz nur auffordern, von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen, sowohl bei der Gaspreisumlage als auch bei dem Entlastungspaket, was angedacht ist. Ist das, was Sie tatsächlich auch von dieser Klausurtagung jetzt fordern, dass der Kanzler sich mehr engagieren muss, seine Richtlinienkompetenz umsetzen muss? Der Herbst ist es nicht mehr lange und auch der Bundestag kehrt ja aus der parlamentarischen Sommerpause zurück. Sie haben völlig recht. Ich habe während der gesamten Sommerpause gefordert, dass in der ersten Sitzungswoche, das ist eine Haushaltswoche, das entsprechende Paket vorgelegt werden muss und da muss dann auch im Bundestag gestritten werden. Ich bin gar nicht sicher, ob diese Gaspreisumlage im Deutschen Bundestag eine Mehrheit hat, weil die einzelnen Abgeordneten dann auch in ihren Wahlkreisen mal erklären müssen, was sie dort machen. Und das wird für die Bürgerinnen und Bürger eben wirklich eine Riesenbelastung, nicht für Abgeordnete. Aber ich, in meiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern trifft das viele ganz, ganz hart und die wissen nicht, wie sie über den Winter kommen müssen. Ja, ich erwarte von Meseberg klare Vorschläge, eine klare Linie und Entscheidungen. Nicht dieses ewige Hin und Her. Einmal sagt Herr Lindner, was nicht geht. Einmal sagt Herr Habeck, was er nicht kann. Das alles geht nicht zusammen. Diese Entlastungen, dieses Paket, was kommen muss, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Wir haben vor allen Dingen über die Energiekrise gesprochen. Ein wichtiger Punkt ist ja auch das 9-Euro-Ticket. Das läuft jetzt aus. Der Tankrabatt läuft auch aus und Herbst und Winter stehen vor der Tür. Jetzt gibt es die Diskussion, eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets oder neue Varianten. Ist das nicht auch ein wichtiger Punkt für weitere Entlastungen, vor allen Dingen der kleinen und mittleren Einkommen? Ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Dieses 9-Euro-Ticket war ein großer Erfolg. Mir ist einigermaßen unklar, warum die Bundesregierung nicht den Mut hat und sagt, bis zum Jahresende verlängern wir. Und dann gibt es eine Anschlussregelung. Jetzt ist Berlin, Gott sei Dank, vorgeprescht mit der Koalition hier, dass sie ein 9-Euro-Ticket zumindest für diesen Bereich machen. Das sind auch schon wieder Probleme, Herr Bartsch. Das soll ja auch nach Brandenburg gehen im Verkehrsverband Berlin-Brandenburg und die wollen nicht mitziehen. Ja, sehen Sie mal, was Koalitionen so ausmachen. Und in Brandenburg gibt es eine, wo das nicht gewollt ist. Also ich glaube, dass dieser Erfolg eines 9-Euro-Tickets, der sollte fortgesetzt werden. Es muss eine Anschlussregelung geben. Da kann man ja diskutieren, wie sie im Konkreten aussieht. Wir haben einen Vorschlag gemacht und haben gesagt, jeden Tag 1 Euro, was dann 365 Euro im Jahr werden. Das ist eine Möglichkeit. Aber insgesamt haben Sie völlig recht. Die Gaspreisumlage ist ein ganz kleiner Mosaikstein. Das eigentliche Problem ist die gigantische Inflation und die wird im September noch höher sein, wenn eben 9-Euro-Ticket-Tankrabatt auslaufen. Wir haben unheimliche Steigerungen bei Nahrungsmitteln, was ein Riesenproblem ist und dazu die Energiepreise. Und dann wissen wir im Moment noch nicht, was durch Corona noch für Verschärfung kommt. Also die Herausforderungen sind gewaltig. Und deswegen kann ich nur sagen, die Bundesregierung muss jetzt handeln. Die haben im vergangenen Herbst einen Auftrag bekommen. Wir hätten ihn auch gerne übernommen, dann wäre manches anders und besser. Das ist aber nicht der Fall. Jetzt erwarte ich das von denen. Und wir werden die linke Opposition sein, die in großer Deutlichkeit anmahnt, dass wir nicht in soziale Verwerfungen kommen, sondern dass wir Ausgleich in der Gesellschaft brauchen. Das ist die Herausforderung, vor der die Koalition steht. Dietmar Bartsch, der Co-Fraktion-Chef der Linkspartei im Deutschen Bundestag. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und ich glaube, es wird tatsächlich ein heißer Herbst und Winter. Schauen wir mal, wie das politisch dann über die Bühne gehen wird. Danke Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020